hallo und herzlich willkommen meine liebe freunde ja es wurde sehr häufig nach einer modliste gefragt und da ich jetzt wieder auf schiff muss hatte ich leider keine zeit die jetzt noch fertig zu machen deswegen wird es jetzt eine hat für euch etwas aufwendigere für mich eine gerade etwas einfachere lösung geben vorweg zur season 2 gibt es eine modliste bei steam die findet ihr in der video beschreibung die hat allerdings nur halb so viele mods wie jetzt hier aktiv sind ich werde jetzt gleich einmal stück für stück die ganze modliste einmal durchlaufen lassen so habt ihr seht ihr immer gleich die quelle wo es herkommt steams team 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 und hier habt ihr den namen und hier habt ihr in welchen kategorie das findet und hier den autor mehr kann ich euch nicht geben wenn ihr eine mod sucht müsst ihr leider das alles einzeln raussuchen video stoppen es geht gar nicht anders aber das ist gerade die einzige möglichkeit wie ich euch meine mods zeigen kann wenn ihr jetzt hier zum beispiel hier seht manuell installiert all diese mods all diese mods kommen vom transport vierer und transport fieber forum ich habe nirgendwo anders mods runtergeladen außer bei steam und im transport fieber forum das mal vorweg und ja es sind glaube ich und 463 mods und ja die werde ich jetzt gleich einmal kurz durchlaufen lassen so ist alle schon zu schnell ich werde das einmal stück für stück runter dann warte ich kurz und dann geht es so weiter ja das vorweg an meine kleine mod liste und damit viel spaß damit und dann sehen wir uns bald wieder bis dahin haut rein oh 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018